Zentrale Anlaufstelle für persönliche, erzieherische und familiäre Fragen, das ist der Kommunale Soziale Dienst der Stadt Freiburg. Insgesamt 79 Mitarbeiter beraten Familien mit sozialen Problemen und vermitteln in Konfliktsituationen. Der Kommunale Soziale Dienst gehört zum Freiburger Amt für Kinder, Jugend und Familien. Gesetzlicher Auftrag ist es, das Wohl von Kindern und Jugendlichen zu schützen. Erst 2012 wurde die Zahl der Mitarbeiter im KSD um 10 erhöht. Untertitelung des ZDF, 2020